hallo freunde willkommen zurück hallo hallo easy so wir haben folgende aufgabe wir müssen uns von diesen königlichen insekten da stechen lassen ja aber da brauchen wir vorher irgendeinen nektar als wir müssen wir nicht und das ist dann diese richtung der honig den aber auch schon da um angeheftet warum gehst du dann in die richtung weil ich habe in dem marker hast du eine andere marke ja aber okay hat mich geirrt auf geht's okay ich dachte schon so nahrung aber uns über die komplette durchgekocht wir haben auch ein bisschen an der rüstung gebastelt dies das hergestellt was wir so konnten ja also der ball wohne ich scheint da sind auch kleine trampoline das hier wenn man wenn man runterspringt dann kriegt man keine schade auf diese pilze der quatsch mit jäger jetzt ah ja jetzt sind wir im sumpf ja gehen wir den schon Ja. Sturmbiest, ja klar. Aber es wird scharf geschossen in diese Richtung. Ja, dann mischen wir uns doch ein, oder? Ja, da sind aber Max. Einen sollte noch da sein. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, die haben den Festgriff. Der ist noch im Mech. Der ist hier. Kann man das hier mal beenden? Diese Quälerei? Ja. Gut. Das sind Sachen. Ein paar Munitionskisten und so ein Kram hier. Ersatzteile mal wieder, hatte ich lange nicht. Ja. Eine Armschutz-Mod. Ach so. Guck mal, bei den Max, du kannst auch vielleicht Munition aufheben. Also bei mir ist, ich bin voll. Nö, konnte ich nicht. Hier ist auch noch eins. Ja. Nö? Nö. Ach, das ist eine Fähigkeit, die ich gelernt habe. Ach so, okay. Ich kann die jetzt plündern. Stimmt. Okay. Da lang. Na, wir haben wenigstens mal eine gute Tag gemacht. Mhm. Ja. Das sind so viele Geräusche hier drin. Bestimmt die Autobahn? Äh. Kommst du mal? Ich hab was entdeckt. Ein Camp oder sowas. Alex, ich stehe vor einem deiner Feldlabore. Es ist dunkel und leer. Ist es denn sicher, sie wieder zu benutzen? Hm. Hm. Der Widerstand hat mehr Verbündete und mehr Möglichkeiten, die RDA zu vertreiben. Sie wieder zu nutzen, ist eine gute Idee. Geh rein und check dein SIT. Es sollte ein Signal vom Laborsystem empfangen. Scan den Boden und die Werte. Leite den Strom von den Invertern zum Sicherungskasten. Das sollte bei jedem Feldlabor im westlichen Grenzgebiet klappen. Können wir das hier wieder in Betrieb nehmen? Aha. Okay. Bist du da drin? Ja, ich bin oben. Genau wie auf der Erde ist die Artenvielfalt hier riesig auf Pandora. Von Einzellern und Bakterien zu Navi, Menschen und Tulkunen. Die Arten formen Gemeinschaften und entwickeln sich zu Ökosystemen. Jeder Organismus lebt unabhängig mit anderen und der Umgebung zusammen, um eine bewohnbare Welt zu schaffen. Ich bin gerade am verparieren. Und du bedienst dich, ne? Ja. Erledigt, Alex. Das Feldlabor ist aktiv. Wundervoll. Ich empfange bereits Daten von deiner Seite. In den Laboren wurde viel geforscht, aber nichts wirklich zu Ende gebracht. Wertvolle Daten nicht genutzt. Ein Terminal sollte mit dem Hauptquartier verbunden sein. Lass uns das mal checken. Probier bitte jetzt aus, ob es aktiv ist. Ja, Moment, lassen wir mal eher erstmal Weltraumnahrung. Ach, du bist auch hier. Hast du was unten gefunden? Naja, nicht Nahrung und Ersatzteile. Nochmal Ersatzteile. Habe ich jetzt vier Stück. Er wird da voll. So, ich. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt, oder? Au revoir. Ah, danke. So. Schon mal. Ich habe auch wieder in Betrieb genommen, ne? Mhm. So, hier ist scheinbar nichts mehr. Oten hast du gesagt, da ist noch was. Solange der eine arbeitet, der andere bedient sich. Das ist ja normal im Spiel, ne? Völlig normal. Mhm. Okay, sollen wir das machen? Nein, ne? Äh. Ist doch besser Tux, oder nicht? Ich weiß nicht. Aber ich finde hier nichts mehr. Ach, hier diese Notizen. Die sowieso nie man fühlt. Okay, wir müssen, wo müssen wir hin? Da lang. Ich folge dir. Schwimmst du? Mhm. Der ist aber alles tot hier. Ja. Der ist bestimmt wieder so eine Bohr. Ja, da haben wir uns ja bisher auch nicht drum gekümmert, ne? Diese Nebenfests, alles sauber machen und so. Ich sehe so einen Onig. Oder? Nee. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Die ist verschmutz. Hey, Priya? Was gibt's? Oh, nichts. Was? Hab meinen Kaffee verschüttet, auch wenn er den Namen nicht wirklich verdient. Ja. Äh, ich bin an einem verschmutzen Stück Wald angekommen. Ich bekomme den Nektar hier einfach nicht. Mal sehen. Ja, in deiner Nähe ist eine Einrichtung. Du musst das behalten. Das stoppt es und der Wald kann sich wieder erholen. Und dann kriegen wir Nektar. Mit Fett schaffst du das leidlos. Okay. Ich schaue mir das an. Ich schicke dir die Koordinaten. Denk dran, sie wird scharf bewacht sein. Also sein Vorbereit. Der vorhin ist hubschraubar, Meg. Warte mal, gucken erst mal, ob ich genug Pfeile habe. Ich habe nur noch zwei. Achtet du, das ist der Lungenbogen, ne? Ja, alles klar. Und was habe ich? Ah, 13-König noch. So, Koordinaten hat sie geschickt, wo denn? Also da vorne sehe ich Hubschrauber, Meg. Ach, da. Ich vermute, aber da, wo den... Ja, vermute ich auch. Das ist alles für Schmutz und Trichtier. Siehst du, hier, der ist ein Onig. Ja, da hier rein. Verschmutzt. Ich habe auch schon Früchte gesehen. Die haben auch mal ein Reichweite mit ihrem Schmutz. Ich höre den. Bist du da? Ah ja, ich sehe dich. Alles klar. Noch eine Förderstelle. Ich sehe Türme und Silos. Eine Gasmine. Rate mal, was in den Silos ist. Erst mal... Meg. Also, wenn ich die Pläne richtig verstehe, musst du die Türme und die Gaslager zerstören. Boah, man zieht aber schlecht. Boah, der ist aber stabiler. Boah, zurückzug, rückzug, rückzug. Moment, kurz aufheilen. Oh, 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 ich auch. Rückzug. Das sind einige Mets. Puh. Das geht jetzt nicht mehr so easy wie. Die Krimverstärkung nimmt. Ach, du! Feuer koordinieren! Wir haben jetzt auf der Flanke vor. Wir sind in der Schichtung. Vollkontakt! Ich sehe ihn! Ich gebe nicht kampflos auf! Also der erste Turm habe ich ausgemacht gegen die. Boah, sind das viele Gegner! Die stecken aber ordentlich ein, ne? Das sind Mech mit Raketwerfer. Wenn du auf den Raketwerfer schießt, wird er kaputt. Oh Gott! Gut, ich muss mich erst mal aufheilen. Wer sind dort noch eine mechanische Fehlfunktion hin? Kann das jemand überprüfen? Die Bewegung! Verstanden! Du verstehst dich vor mir! Ich habe auch keine Heilpflanze mehr! Ich habe einen Raketwerfer gefunden! Ich werde verkehren! Wir sind draußen auf eine mechanische Fehlfunktion. Kann das jemand überprüfen? Zeig uns, du kannst, Laura! Du musst doch schneller werden! Wir sind draußen auf eine mechanische Fehlfunktion hin! Kann das jemand überprüfen? Ja! Wir sind draußen auf eine mechanische Fehlfunktion hin! Sie sind draußen auf eine mechanische Fehlfunktion hin! Kann das jemand überprüfen? Alter, schieße! Kürzen Sie alle! Kapiert! Alles gut? Bin noch mal konzentriert. So, wieder einer weg. Ein Raketenwerfer weniger. Ich versuche mal zu sehen, wo ich hin muss. Ich bin dabei. Achso, ich spreche nicht zu euch. Ist das dieser gelbe Marker, wo ich hin muss? Was? Ein gelber Marker? Ja. Das weiß ich nicht. Da kriege ich mich mit ganz kurz hier. Ich muss was essen. Boah, wie dein Leben da runtergerutscht ist. An alle Einheiten. Feind entdeckt. An uns kommt nichts vorbei. Gut, dass du nicht zielen kannst. Achtung! Warten zu vereinen! Protokoll folgt! Ich bin in der NBs drin. Ja, ich bin auch. Achso, richtig drin drin? Richtig drin drin, ja. Ich versuche den letzten Raketenwerfer hier noch auszuschalten. So, ist kaputt. Gut. Achtung! Warnstufe eins! Protokoll folgen! An alle Einheiten! Feind entdeckt! An alle Einheiten! An alle Einheiten! Nächste Raketenwerfer ist hin. Der hat sich gerade angeboten. Ich habe hier diesen Scanner, ich muss diesen Scanner benutzen, bei gesicherte Fracht. Aber... Achtung, Warstufe 1, Protokoll folgen! Komm, hier bin ich rein hier. Jetzt sind wir doch am Kämpfen da oben. Ja. Feind entdeckt? Meinen die da mit uns? Keine Pfeile mehr. Ja, lass ihn auf dich schießen. Ein Schuss noch, ja, dann ist er durch. Sehr schön. Ich muss aber auch Pfeile bauen. So. Okay. Achtung, Warstufe 1, Protokoll folgen! Ja. Da sind noch ein Geschütz, aber die lügt uns nicht. Hilf mir mal, da hin müssen wir, ne? Jaaa. An alle Einheiten, Feind entdeckt! Was muss man nicht alles machen, muss man ein bisschen Honig. Jaaa. 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 Die Anlage ist zerstört! Alles ist zerstört! Alles klar! Evakuierung läuft! Ja, dann seht mal zu, dass ihr vom Acker kommt. Siehste, alles wird gut. Alles erholt sich ganz schnell. Ach. Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Nektar finden. Ich bin viel zu früh aufgewacht. Hey, weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Hey Priya! Habt was gefunden! Sieht wie eine Namensliste aus. Ardi- ... 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 Ach, das ist geteilte Dings hier, Beisatzteil, so, haben wir es, kann man den Ohr nicht holen? Schrottflinte, ach gucke mal. Ach, der ist für beide. So, dann lass uns mal unser Ohr nicht holen. Der Winter ist voll. Der Winter ist voll. Lass uns mal dieses verschputzes Gebiet machen. Okay, ich habe den Wicke von. Boah, die machen, wo der Mensch kommt. Das wird alles dreckig gemacht. Oh, es wird nochmal geschossen. Es wird geschossen? Ja. Ja. Wir machen keine Gefangenen, hast du gesagt. Hier sind nochmal für Pfeile ein paar Stöckchen. Oh. 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 Moment, ich muss mal den Langbogen wieder. Oh. Oh. Die schießt auf die Tür. Ach, das ist wieder dieses ... Ist das wieder das? Genau, du kannst wieder gehen. So, ein Jahr lang. Ja, bediene dich. Ich öse mal ein paar Stöckchen. So, da oben ist Honig. Irgendwo, da vorne. Ich habe schon eins gesehen. So griftbereit. Hab's. Hast du auch? Ich habe auch eins. Das reicht, ne? Eins reicht? Ja. Gut. Gut. Freunde, dann machen wir einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Aha. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.